Endlich ist die Schule zu Ende. Jetzt kann ich es mir wieder gemütlich machen. Und Fernsehen gucken. Immer diese Werbung. Das nervt. Man fängt jetzt endlich dieser Film an. Ich lese gerne, weil ich dabei viele fremde Wörter besser lernen kann. Ich lese gerne, weil es gegen Langeweile hilft. Mir macht es Spaß zu lesen, weil man dabei viel besser einschlafen kann. Ich finde Lesen toll, weil es Spaß macht, sich in andere Personen zu versetzen. Ich finde Lesen toll, weil ich in andere Welten reisen kann und in die Haut anderer Personen schlüpfen kann. Ich lese gerne, weil man sich dann entspannen kann und der Alltag zieht an einem vorbei. Ich lese gerne, weil man mehr über andere Zeiten erfährt. Ist das langweilig. Dann fängt mir jetzt endlich dieser Film an. In meinem Buch geht es um Magie und Zauberei. Und es heißt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Mein Buch heißt Pleitentricks und ein Pferd zu wenig. Und es geht um zwei Mädchen auf einem Reithof, die die Rollen tauschen. Mein Buch heißt Portilla und es handelt von einem Elfenstamm, der von einem Menschen bedroht wird. Mein Buch heißt Wolkenraube und handelt von einem blinden Indianerjungen, der in die Zukunft sehen kann. Mein Buch heißt Freche Mädchen, Freche Bücher, Handyliebe und handelt von einem Mädchen namens Hanna, dass du ihr am Geburtstag ein Handy bekommst. Mein Buch heißt Die wilden Hühner und es geht um zwei Banden, die miteinander verfeindet sind. Mein Buch heißt Erisian und Handelt vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Lies doch auch mal. Sieht ja doch ganz interessant aus. Komm, mach mit. Mach mit. Lesen ist toll. Lesen ist toll. Lesen ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020